Willkommen zum neuen Leben in Ungarn Video. Diesmal gab es jetzt schon fast zwei Wochen kein Video mehr. Einfach aus dem Grund, weil ich letzte Woche krank geworden bin und mich hat es ziemlich übel erwischt bzw. uns hat es ziemlich übel erwischt. Jetzt ist noch meine Partnerin krank. Ja, 39 Fieber, also eine typische Sommergrippe, was uns da niedergestreckt hat. Ich fühle mich noch immer ziemlich schwach, aber das Leben muss weitergehen. Und deshalb einige News wieder aus Ungarn. Und unser Außenminister hat jetzt verkündet, dass die Gasversorgungssicherheit in Ungarn gewährleistet ist, weil eben, ja, Ungarn aus verschiedenen Richtungen Gas bekommt. Natürlich russisches Gas, aber aus mehreren Richtungen. Und, ja, Ungarn bekommt 88% seines Gases jetzt derzeit über Türkisch drehen. Da der Gasfluss aus Richtung Österreich abgenommen hat, hat jetzt unser Außenminister mit Russland telefoniert und mit Gazprom telefoniert. Und, ja, es wurde versichert, dass das Ganze kompensiert wird. Unser Außenminister hat darum gebeten, dass es, dass die Kompensierung, also der Ausgleich der fehlenden Menge, was über Österreich kommen sollte, über Türkisch-Stream, über Serbien kommen soll. Und, ja, das hat Russland jetzt zugesichert und das wird höchstwahrscheinlich auch demnächst jetzt so stattfinden. Also, 88% seines Gases bekommt Ungarn jetzt aus Türkisch-Stream, weil eben auch diese Leitung ganz neu ist, verlässlich ist und, ja, somit auch weniger störenfällig. Wie, was ich schon gesagt habe, aus Österreich kommt weniger Gas an, aber es wird über Türkisch-Stream kompensiert. Und, dann gibt es zweite News. Das betrifft Serbien und Ungarn. Serbien und Ungarn arbeiten im Energiebereich jetzt enger zusammen. Und, da betrifft es auch Gas, aber auch Strom. Serbien und Ungarn haben vereinbart, dass Serbien über Ungarn 500 Millionen Kubikmeter Gas in Ungarn kauft und auch in Ungarn lagert. Also, Serbien bekommt ein Gasspeicher in Ungarn zur Verfügung gestellt, wo es 500 Millionen Kubikmeter Gas lagern wird. Und auch der Strommarkt wird zusammengeschlossen, enger zusammengeschlossen. Der serbische und ungarische Strommarkt wird jetzt auch mehr Strom zur Verfügung stellen. Die Serben haben dann, ich glaube, neue Kraftwerke, was Stromversorgung angeht. Und, ja, bisher war der Strom in Ungarn, austauscht sich in beiden Ländern 1000 Megawatt. Das wird jetzt um 500 Megawatt noch erhöht. Also, auf insgesamt 1500 Megawatt, was Stromversorgung von Ungarn angeht. Ja, in diesem Sinne kann Ungarn natürlich weiterhin günstige Gaspreise der Bevölkerung anbieten, aber auch günstige Strompreise der Bevölkerung anbieten. Und darauf kommt es an. Und, ja, irgendwann soll ja auch die Erweiterung des Atomreaktors in Baksch abgeschlossen sein. Und dann wird natürlich Ungarn, ja, Strom mehr zur Verfügung haben, als es verbraucht. Und dann kann es auch Strom verkaufen. Mal sehen, wann das dann soweit ist. Auf jeden Fall, die Gasversorgung in Ungarn ist gesichert. Dadurch, dass wir das meiste über Türkis drin bekommen, ist auf jeden Fall die Versorgungslage besser als, ja, für andere Länder in Europa. Also, soviel dazu. Ja, ich hoffe, dass sich daran auch nichts ändert. Natürlich, Ungarn hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen. Er hat noch schnell vor dem ganzen Konflikt einen langfristigen Gasvertrag mit Russland abgeschlossen und da sogar um eine Million Kubikmeter Gas im letzten Jahr mehr in dem Vertrag aufgenommen oder was, schon dieses Jahr, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, gibt es da einen langfristigen Vertrag mit einem sehr günstigen Preis. Ja, in Ungarn hat man die Bevölkerung in Sicht und nicht irgendwelche Interessen von irgendwelchen anderen Staaten oder Großkonzernen oder sonst irgendwelchen, ja, Idioten. So, Leute, ich hoffe, die Info hat euch gefallen. Ja, jetzt werden dann wieder mehr Videos folgen, weil ich auf dem Weg der Besserung schon bin und, ja, über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Leben in Ungarn wieder. Bis zum nächsten Mal.